Was machst du da? Hast du dir eigentlich mal nachgedacht, wie ungesund ist? Es ist nicht regional, nicht saisonal und außerdem... Das kann man auch ohne Verpackung kaufen, wenn man unverpackt glauben. Aber deine Grünwerke sind auch genauso ungesund. Die sind aber wenigstens vegan und man muss ja nicht so viele davon essen. Probier mal! Ja, aber wo gibt's denn denn nichts von Verpackung? Was soll ich denn das wissen? Zum Beispiel in Striesen, du kannst ihm einfach im Internet oder auf Google Maps oder so nachschauen. Ja, aber ich hab's ja nicht so mit nachhaltiger Ernährung, sorry. Wie wär's, wenn wir einfach mal den Fernseher ausmachen und uns einfach mal eine Woche nachhaltig ernähren? Regional, regional, einfach mal eine Challenge, was hältst du davon? Bist du dabei? Okay, Challenge accepted. Wir stehen jetzt hier vor dem Lose-Laden und da werden wir jetzt auch gleich reingehen und denen mal ein bisschen zeigen und auch was selbst einkommt. Hier ist noch eine Lage, da kann man dann das Gefäß anlegen, was man am Ende abziehen kann und wie man nicht mehr bezahlt hat, was ich nicht wusste. Achtel in Süßigkeiten. Achtel in Süßigkeiten. Kurze Frage. Was denken Sie, sind die Vor- und Nachteile des Unverpacktladens? Ähm, also für mich ist es ein großer Vorteil, dass ich mir genau aussuchen kann, wie viel ich jetzt mal rausnehmen möchte. Und natürlich, dass ich keine Verpackungsmüll produziere. Ein Nachteil ist natürlich, man muss alles ein bisschen genauer planen, man sollte sich sein Behältnis vorher mitnehmen. Genau. Aber da gewöhnt man sich auch dran. Okay. Wir gehen jetzt noch zu der Ladenbesitzerin dieses Unverpacktladens und werden ihr noch ein paar knifflige Fragen stellen. Ähm, wie regeln Sie das, dass Sie jetzt nicht zu viele und nicht zu wenig Lebensmittel haben? Das ist ein Bauchgefühl. Also das ist wirklich ein Bauchgefühl und auch ein verarmtes Wert. Ähm, werden die Dinge schneller schlecht, weil ja kein Plastik oder kein Aluminium da rum ist? Nee, also bei mir nicht, weil die Sachen, die ich jetzt hier habe, sind ja größtenteils Trockenprodukte, ja, trockene Erlebensmittel und eben trockener Non-Food, wie man so schön weiter sagt, Geschichten, die werden also nicht schneller schlecht. Die frische Sachen in der Theke, die werden deswegen auch nicht schlecht, weil die werden geöffnet, sobald ein Kunde etwas möchte, dann werden sie wieder verschlossen, müssen sie, also noch ganz ohne Verpackung. Ich meine, den Käse in den Trocken draußen liegen, das ist einfach so. Hi! Ich wollte, wir wollten uns nur kurz melden, wir waren ja beim Unverpacktladen, wollten euch mal kurz ein bisschen was erzählen dazu. Ja, es war richtig cool und wir konnten da auch ein tolles Interview machen, wie ihr schon gesehen habt. Ja. Und das waren halt auch viele tolle Sachen und das ist auf jeden Fall empfehlenswert und war auch richtig cool. Ciao! Ciao! Die Art und Weise, wie wir uns ernähren, hat erhebliche Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Weltweit wird etwa ein Drittel der produzierten Nahrungsmittel verschwendet. In Deutschland werden im Jahr pro Person ca. 82 Kilogramm verschwendet. Hi! Also wir sind jetzt hier vor der Bäckerei, Tag zwei und wir werden da jetzt auch mal reingehen und mal das so ein bisschen zeigen. Ja, viel Spaß! Sophia kauft jetzt was ein. Also wir sind hier. Ich hätte gern ein Käsegepäck, ein Sesamfrötchen, ein Moosfrötchen und ein Floskassfrötchen. Also wie ihr sehen könnt, die Preise sind sehr günstig. Und meine erste Frage ist, warum holen Sie damit überhaupt ein? Also ich persönlich engagiere mich sehr viel für den Klimaschutz und bei Lebensmitteln ist es ja auch so, dass die Produktion, der ganze Transport teilweise um die ganze Welt auch einen großen Teil an Klimawirkung ausmacht. Und wenn man dann bedenkt, dass ca. 30% oder ein Drittel der Lebensmittel weltweit im Endeffekt verschwendet werden, gar nicht konsumiert werden, dann finde ich das schon ziemlich kritisch. Und wie genau, wie ungefähr funktioniert das bei Foodsharing? Es gibt bei Foodsharing dann bestimmte Leute. Das sind die Botschafter, die eben auf Betriebe zugehen und die eben fragen, ob sie kooperieren wollen. Und dann wird eben ausgehandelt, wie die Kooperation aussieht. Also erst mal auf die Frage gebracht, welche Lebensmittel gibt es denn überhaupt zu retten, in welchen Abständen und wann das letztendlich für die Betriebe am günstigsten wäre. Wir kochen heute und zwar aus Zutaten, die man entweder schon zu Hause hat, z.B. Tomaten mag, Salz, Pfeffer usw. Aber auch Altstutaten, die man normalerweise wegschmeißen würde, z.B. das alte Brot hier. Und was man daraus alles machen kann, das seht ihr jetzt. Wir haben jetzt hier das alte und harte Brot in die Beutel getan. Hier seht ihr das auch nochmal? Oh, genau, damit wir euch nicht anlügen. Und jetzt lassen wir unsere ganze Blut mit diesem Teil hier raus. Ja, ich will einfach mal anfangen. Also wir haben jetzt hier diese Brotstücke und da haben wir jetzt das Gewürz und die Zwiebeln und die ganzen Kräuter reingemacht. Und jetzt müssen wir eben immer so Wasser reinmachen und das dann eben so kneten, dass sich das voll sagt, dass es dann eben eine Masse ist. So, wir formen jetzt unseren fertigen Teig zu formen. Man kann da auch was Neues ausprobieren, z.B. dieses schöne Herzchen hier. Jetzt machen wir noch einen kleinen Smoothie mit ein paar Bananen und dann noch die Mandarine hier. Die würde man jetzt vielleicht nicht so essen, weil sie halt auch schon ziemlich alt und verschrumpelt ist. Ein paar Druckstellen oder eben auch der Apfel, der ist auch schon sehr alt. Aber aus sowas kann man dann z.B. noch gut eben so einen Smoothie machen. Und der Innere ist auch schon ein bisschen älter. Hi! Wir wollten uns nur mal kurz melden. Wir haben heute hier heute gekocht, wie ihr uns schwer erkennen könnt. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr geschmeckt. Und das Beste daran war... Ja, wir haben eben nur aus den Sachen, die wir zu Hause hatten, das gekocht. Und gerade jetzt bei dem Smoothie war es auch so, dass die Früchte, die wir dort genommen haben, das habt ihr auch sicher schon gesehen, die waren jetzt nicht mehr so ganz die Neuesten. Z.B. der Apfel war schon ziemlich schrumpelig und die Mandarine war auch nicht mehr so die Tollste. Und es schmeckt trotzdem richtig lecker. Wir mussten dafür also nichts mehr kaufen. Das ist sehr toll. Als gesamtes Fazit der Woche. Also wir fanden das sehr cool und wir haben auch viele tolle Sachen und Interviews erlebt. Ja, wir haben auch sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit erfahren, zum Thema Lebensmittelverschwendung. Und ich glaube, wir können viele von diesen Dingen jetzt in unserem weiteren Leben anwenden und halt auch was tun. Man hat auch viel gelernt, dass man viele Dinge nicht verschwenden muss und auch noch für andere Zwecke nutzen kann. Und dass sehr viele Menschen auch viel wegschmeißen, was man eigentlich noch benutzen kann. Ja, diese Woche war lehrreich, aber auch sehr, sehr spaßig und spannend, ja auch. Und es hat auch gar nicht schwer gefallen, als Challenge einfach mal nachhaltig zu nehmen. Ja. Danke, dass ihr uns zugeguckt habt und tschüss. Jetzt gibt es noch unsere Top 3 Tipps für euch. Viel Spaß. 1. Ein bewusster Einkauf. Das bedeutet, man kauft nur so viel, wie man auch braucht, damit am Ende nichts in der Tonne landet. 2. Man sollte das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht falsch verstehen. Nur weil es überschritten ist, heißt es nicht, dass das Produkt schlecht ist. Vertraue auf deine Sinne. Riecht es normal? Sieht es normal aus? Stimmt die Konsistenz? Dann solltest du es zumindest probieren. 3. Probiert es doch mal mit Apps, wie zum Beispiel Too Good To Go. Damit könnt ihr überschüssiges Essen von gastronomischen Betrieben zu einem günstigen Preis abholen. Undcover, sodass man sich einfach lustig mit einem Earlier-Book zu cameras GWEL Komplash AusrüstAK AusrüstAK Ausrüst Frauen